Und ich habe frisch auf. Okay, ich bin in Target. Ich bin in Saugress. Oh, mein Gott, was das passiert. Aber, ich kann nicht, ich bin in Target. Ich bin in der Mall-Ban. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay, ich bin hier. So overwhelming. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und ich habe shopped. Ich habe mir alles gekocht. Ich habe mir alles gekocht. Um. 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 Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hier. so mein Vater und mein Brüerchen sind acht Fans von Messi bei H&M habe ich diese awesome Fans ich habe auch etwas von einem sacht Material und diese Brüe ist echt ich habe eine Foto, es ist echt Amazing so das war's von heute ich bin froh, ich bin froh ich bin froh, ich bin froh okay, bye good morning good morning everybody so this is my breakfast for today ich bin froh, ich bin froh 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 ich bin froh und YouTube all right, Leute wir sind in den Salgräs Mal aber jetzt auf der west Seite und das ist wie die Reut sind es ist ein Sonnig Day so gehen wir mal an, was alles ist Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So I got a big drink, recommended by Gate. Okay. Mmm. This is good. So I basically bought Targets, okay? I have a bit of a different strategy now. Like a shopping strategy. Hi guys. I'm going to shop. Okay, I'm just done. I'm going to do a haul today. I'm going to Marshal. I'm going to take a half of my brush. I've got this set because I need this. And this I picked for Anneli. Because it reminded me of her. Wow, look at this. Pink. She loves pink. So this is crazy. So here was the thing. I'm going to get a lot of different makeups to find my crossfit slash running. But I don't have to find my makeup. But at Marshall's, I found one. Look at these. Cute. And at Pasmo. That is a lot of different. I did some shopping at Target. Um. I'm going to sell it. I have a new heart town. 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 So I wanted to buy one of these. And then I have a new heart town for my host mom. Then I have a new gift for Grace. And she has been for three years long. And she means a lot to me. Because I got the snacks for the hookah. Um. Because she's also going through something. Um. Snacks. And just her favorite things. Let me send. Um. Inhale. Exhale. Because. Relax. Relax. Relaxed. 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 Some veggie chips. Because she likes these. These. Sort me. Think I think. I know. I see. I don't want to. I already have this. And. Mentos. Because she needs it. See. That's the book of the auto. And she wins. It's a book. So. Half this. und dann habe ich ein kleines Karcher für das. Nothing inspires gratitude, like a kind heart. Und dann, ich möchte, dass alles, wie viel, was ihr macht. Dann habe ich ein kleines Karcher für das. Und dann habe ich ein kleines Karcher für das. Bed & Body Works. Ich habe ein kleines Karcher für das. Ich habe ein kleines Karcher für das. Und die Karcher. Die sind super, super. Ich weiß nicht, ob ich alles werde inpacken. Aber das ist nicht alles. Oder es wird nicht alles sein. So, ja. Das ist das für heute. Okay. Wir gehen nach dem Event. Ich werde alles aufbauen. See you in meinem nächsten Video. This is not my work attire. Aber ich fühle mich sehr gut. Und, oh. Slowly. Ja. Make a movement. Like, hey, ich bin bereit. All right. Hi, Miss Ma'am. Hi, Miss Ma'am. Hi, Miss Ma'am. Last night. Last night. Well, we're like, here. Oh, yeah. Good. My vacation has been very eventful. So, tomorrow I'm leaving, so Shannon is moving. Oh, no. She's not moving. You're gonna move around independently. But, um, she has Nicole still. Yeah. And then, on Tuesday, she's moving to Miami. This crazy one. She's growing up. So, I'm excited. Let's go on an adventure. Yeah. So. Bye, Rosie. I'm having a great time. Me too, always. So. Yeah. Bye. 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 Bye.